Auf die Plätze, fertig, los! Bei den Junior Sales Championships der WKO Steiermark zeigen die besten Handelslehrlinge der Steiermark ihr Talent hinter dem Verkaufstresen. Auch hier präsentiert sich die Zukunft, in dem Fall die Zukunft des Handels und das macht sehr, sehr stolz einerseits, stolz auf die Ausbildungsbetriebe und alle, die natürlich die jungen Menschen unterstützt haben, aber vor allem auf die jungen Menschen, dass sie sich diesem Wettbewerb stellen und dass sie damit für ihre eigene Zukunft gerüstet sind. Die haben ein Verkaufspotenzial, das wir vor 10, 20 Jahren nicht gehabt haben. Jetzt stellen sich die jungen Leute mit einer Selbstverständlichkeit hin, verkaufen ihre Produkte und das ist einfach nur frei zum Zuschauen. Also bei uns ist das Motto, unsere Lehrlinge sind unsere Fach- und Führungskräfte der Zukunft und wir nehmen das sehr, sehr ernst. Und ganz ehrlich, wer es hier auf die Bühne schafft und sich traut und das Ding dann rockt, ist definitiv dafür geboren, dass es weitergeht. Bei einem guten Verkäufer macht er aus einmal die Freundlichkeit, wie er zugeht an den einzelnen Kunden und vor allem man sieht es gleich und man spürt es als Kunde, wenn er ein guter Verkäufer ist. Beim Verkauf kommt es darauf an, dass man wirklich auf den Kunden eingeht. Heutzutage ist wichtig auch ein bisschen die Freundin vom Kunden zu sein, auf den Kunden einzugehen. Für jeden da sein. Es ist oft wie so eine kleine Psychologin, wenn du wirklich auf die Leute drauf eingehst. Das finde ich, ist sehr wichtig, dass das als Verkäuferin besitzt. Ganz im Ernst, man soll sich das einmal 3-10 Minuten lang auf die Bühne zu stellen, 400 Leute schauen zu und dann einfach drauf losreden. Das finde ich wirklich großartig. Es sollte jeder einmal probieren. Es ist, finde ich, ganz wichtig für die Selbstentwicklung auch und es ist eine Überwindung, aber es ist wirklich, ich bin jetzt auch erfahrungreicher und auf das kann ich echt stolz sein. Es war eine sehr gute Chance mit der Nervosität umzugehen. Jetzt ist es einfach sicher bei der LAP dann ein bisschen leichter für mich. Mir hat es sehr gut gefallen und das war auch der Grund, warum ich überhaupt mitgemacht habe, auch bei der Vorentscheidung, dass es eine Generalprobe für die LAP ist. Ich hätte es mir wirklich nicht gedacht und ich bin jetzt wirklich sehr erleichtert. Und ich sage verdient, weil der erste Platz wirklich super gemacht hat und das hat genauso gepasst. Ich fühle mich sehr gut. Ich hätte absolut nicht gerechnet damit, aber ich bin super glücklich. Jetzt geht es dann nach Salzburg zum Bundesentscheid und da muss ich jetzt noch einmal ein bisschen trainieren, dass sich da was ausgeht. Dann geht es eben für uns auch zu Neuroskills, weil 2020 sind wir von der Sparte Handel erstmalig dabei und ich bin sehr gespannt, wie dieser Wettbewerb dann ablaufen wird. Es sind natürlich immer wieder die Allerbesten vorne, das hat auch das Ranking so ergeben und ich freue mich auf die Arbeit. Ich darf sie begleiten, wir haben weg nach Salzburg und bin überzeugt, dass wir wirklich riesen Chancen haben, auch dort sehr, sehr gut abzuschneiden und einen Erfolg mit in die Steiermark zu bringen. Mit der Handelslehre steht einem quasi die Tür wirklich, wirklich weit offen und man hat die Möglichkeit in alle Branchen einzusteigen und sich dann mit dieser Basis weiter vorzubilden. Und was man auch dazu sagen muss, die Unterstützung, die die jungen Menschen erfahren, ist notwendig und ist auch schön gegeben. Und deswegen bedanke ich mich sehr herzlich bei der Sparte Handel, beim Spartenobmann, beim Spartengeschäftsführer und allen, die diese Meisterschaft hier ausrichten. Da ist natürlich auch eine Arbeit dahinter und da freue ich mich, dass die WKO Steiermark sich so für die jungen Leute einsetzt. Und ich drücke allen sehr stark die Daumen.